Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir ignorieren an dieser Stelle kurz die Lua-Error und widmen unseren Blick dem neuen Interface von World of Warcraft. Ich habe jetzt mal meinen Bartender ausgestellt, so sieht das Ganze halt mehr oder weniger aus, je nachdem ob ihr schon dran rumgespielt habt oder nicht. Ich denke immer dran, ihr solltet erstmal lieber nicht an euch rumspielen und euch aufs Wesentliche konzentrieren, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr auf das Ding Bearbeitungsmodus geht, könnt ihr hier ein bisschen was rumschieben. Den Chat, eure Aktionsleisten, das ist der Bereich für die Quest-Anzeige, Schrägstrich, Raid-Frames, also Raid-Ziele, ihr könnt hier noch Fenster hinzuschalten und so weiter und so fort. Also ihr könnt damit relativ viel machen mittlerweile. Ich habe mein Interface seitdem jetzt noch nicht umgebaut, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Das ist wirklich was, da muss mich schon was gestochen haben, dass ich mich da jetzt mal hinsetze und ich hatte auch einfach keine Zeit dafür. Aber es geht, wenn man möchte. Was nicht geht, ist bestimmte Sachen zu verschieben. Beispielsweise, wenn ich mich jetzt einfach mal cue, das Ding hier, es will nicht. Also das Auge für den Dungeon. Es kann jetzt natürlich sein, dass Blizzard da noch dran arbeitet und Sachen ändert. Aber es gibt Objekte in eurem Interface, die sind einfach nicht beweglich. Stand jetzt. Mal gucken. Ihr seht auch hier drin, zum Beispiel hier mit Dungeon-Browser oder so, sehe ich diesbezüglich nichts. Und das lässt sich mit einem kleinen Workaround doch erledigen. Also ich muss tatsächlich sagen, die Positionierung von dem Dungeon-Browser-Icon, man wird sich dran gewöhnen, ja. Aber ich finde sie jetzt auch nicht optimal, wenn ich ehrlich bin. Letzten Endes, es ist nur dieses Auge, wenn man drüber hovert, kriegt man ja eigentlich erst die essentiellen Infos angezeigt. Aber da oben an der Minimap fand ich es persönlich, wenn ich ehrlich bin, schöner. Ist aber Geschmackssache. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr jetzt sagt, das Ding geht mir total auf den Kranz, ich will das lieber, weiß nicht, zum Beispiel, was ihr auch mal könntet, ist, dass ihr euch hier oben hinhängen, neben dem Charakter, dass ihr immer seht, was gerade Sache ist. Ihr könnt das ändern mit einem kleinen Workaround. Wie gesagt, ihr müsst euch dafür ein Add-on runterladen, leider. Aber es ist ein Add-on, was viele vielleicht eh schon von euch drauf haben. Und zwar geht es um Bartender 4, beziehungsweise ganz einfach Bartender. Wie gesagt, die meisten, denke ich, werden es eh schon drauf haben oder gehabt haben. Ich habe es auch noch drauf. Taucht es hier überhaupt noch auf? Naja, hier, Bartender 4, ich hatte es ausgeschaltet. Prinzipiell, meiner Meinung nach, braucht man dieses Add-on nicht mehr wirklich jetzt mittlerweile. Ich werde höchstwahrscheinlich auch von weg gehen, weil all die Sachen, bis auf die Möglichkeit, wie diese Buttons jetzt aussehen, das kann das Blizzard-Interface dann auch und, weiß nicht, jedes Add-on, das ich weniger drauf habe, ist, denke ich, nicht verkehrt. Aber mit Bartender könnt ihr die Sachen anpassen. Vor allem dann, also ihr braucht natürlich die neueste Version davon. Es muss kompatibel sein mit den Features von Patch 10.0. Und wenn ihr jetzt hier beispielsweise dieses Fixieren den Haken da rausnimmt, also das heißt, dass eure, ähm, na, dass ihr die Dinger verschieben könnt, dann seht ihr hier beispielsweise Queue-Status. Und das bedeutet dann wiederum, dass ihr dieses Dungeon-Browser-Auge frei verschieben könnt, wie ihr lustig seid. Ähm, ihr könnt jetzt euch theoretisch wieder da oben Richtung Map ziehen. Da muss man aber sagen, es wird jetzt halt nicht mehr direkt an die Map dran gefrickelt. Aber man könnte es sich wieder ungefähr da hinziehen. Ist halt ein bisschen größer jetzt, ne? Das ginge. Also wenn ihr ein Gewohnheitstier seid, könnt ihr darauf wieder zurückgreifen. Oder ihr sagt, was ging denn noch? Keine Ahnung. Theoretisch könnt ihr auch den hier machen. Und, also, ich wüsste zwar jetzt nicht, welchen Vorteil euch das bringt, aber es ginge. Ja? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und auf diese Art und Weise könnt ihr wirklich alle Interface-Elemente, die jetzt seitens Blizzard nicht verschiebbar sind, so hin und her positionieren. Also ich persönlich muss sagen, mir gefällt das ganz gut, wenn ich es wieder da oben hin mache. Ähm, bedenkt, dass dieses Pakt-Sanktums-Ding dann geändert wird auf diese Renown-Sachen von Dragonflight. Aber das kann man sich ja notfalls auch noch anpassen, wie man möchte. Es sieht jetzt halt ein bisschen überdimensioniert aus. Ja, aber ich denke, da gibt es Schlimmeres. Da könnt ihr auch einfach ein bisschen ausprobieren, was euch am besten gefällt. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen Bartender mal aus, dann werdet ihr sehen, dass es wieder an der alten Position ist. Also ihr müsst dafür zwangsläufig Bartender aktiviert haben. Und das ist für mich jetzt halt der Punkt, wenn ihr sagt, ihr wollt dieses Addon nicht mehr, nicht oder nicht mehr. Ich will es wahrscheinlich nicht mehr haben. Ähm, dann müsst ihr jetzt halt für euch entscheiden, ist es mir wert, dieses ganze Addon drauf zu haben, beispielsweise nur, um dieses Auge zu verschieben. Was mir halt auch deutlich besser gefällt, an Bartendern noch, ist die Sache, dass ich mir das Mikro-Menü anpassen kann. Mir persönlich gefällt es gar nicht, wenn das hier unten so quer drin hängt. Aber ich könnte mal das anpassen. Das weiß ich jetzt sogar gar nicht. Äh, ich glaube nicht tatsächlich. Also das wären jetzt so Fallbeispiele, wo sich dieses Addon dann doch für euch lohnen kann. Letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte es einfach nur mal sagen, dass ihr wisst, falls, gibt es hier eine Option, auf die ihr zurückgreifen könnt. Und damit Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.